Für unseren Informatikunterricht stehen drei Fachräume mit insgesamt 61 PCs zur Verfügung. Das Fach Informatik kann ab der 9. Klasse als Schwerpunktkurs angewählt werden. In Klasse 11 und 12 besteht die Möglichkeit, Informatik als Grund- oder Leistungskurs anzuwählen, sodass man hier sowohl sein mündliches als auch schriftliches Abitur ablegen kann. Neben Grundlagen zu Informationssystemen lernen die Schüler die visuelle Programmiersprache Scratch kennen und erweitern ihre Kenntnisse später beim Programmieren eigener Apps mittels App-Inventor, wobei der Algorithmusbegriff auch in theoretischen Betrachtungen eine zentrale Rolle einnimmt. Des Weiteren werden Grundkenntnisse in HTML unterrichtet. In der 10. Klasse lernen die Schülerinnen und Schüler alles über Aufbau und Funktionsweise von Pixel- und Vektorgrafiken kennen und nutzen ihr erlangtes Wissen während eines großen Bildbearbeitungsprojekts. Im zweiten Halbjahr wird der Algorithmusbegriff aus Klasse 9 durch das Erlernen von Grundlagen in der Programmiersprache Java wieder aufgegriffen. Die grundlegenden Inhalte in Klasse 11 und 12 sind dann Algorithmen und lineare Datenstrukturen unter Nutzung der Programmiersprache Java Grundlagen der technischen Informatik und Computernetzwerke sowie logische Schaltungen Datenbankmodellierung und SQL Objektorientierte Modellierung und Programmierung mit Java Grundlagen formaler Sprachen und Automaten Und abschließend ein großes eigenes Softwareprojekt Wenden Sie sich bei Fragen gerne an unsere Info-Mail-Adresse. Die Fachkollegen beantworten Ihnen diese gerne.